Princess Carming Hanna und wollen zusammenziehen Hanna Sökeland und ihre Freundin Jessy haben sich in diesem Jahr bei Princess Carming kennengelernt und sind seither unzertrennlich. Im großen Finale der lesbischen Kuppelshow hat sich die Projektleiterin für die Beauty entschieden. Seit dem Ende der Dreharbeiten pendeln die beiden allerdings zwischen ihren Wohnorten Hannover und München. Im Promiflash-Interview sprach das Paar jetzt über seine gemeinsamen Pläne für die Zukunft, Hanna und Jessy wollen zusammenziehen. Wir haben schon viel darüber gesprochen, betonte Hanna gegenüber Promiflash und begründete den Wunsch nach einer gemeinsamen Wohnung, ich bin kein Mensch, der gerne Fernbeziehungen hat. Ich möchte gerne den Alltag mit dem Menschen durchleben. Man lernt sich dann nochmal auf eine ganz andere Art und Weise kennen. Zudem sei die Distanz zwischen Hannover und München auf Dauer auch einfach zu groß, die beiden trennen nämlich rund 650 Kilometer. Aber in welcher Stadt wollen sich Hanna und Jessy denn dann eigentlich niederlassen? Wir haben viel überlegt. Wo wir hinziehen wollen, ob wir eher nach Hannover oder München ziehen, oder ob wir nach Köln ziehen. Zählte die ehemalige Prinzess auf. Inzwischen würden die beiden aber zu Hannover tendieren. Weil Hanna dort sowieso schon eine große Wohnung habe.